Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Der XRP-Preis bei 81 Cent. Wir waren schon bei 85 Cent. Es ist unglaublich. XRP ist Top-Gainer mit 14 Prozent und die anderen Coins sind alle definitiv im roten Bereich. XRP ist hier die meist wachsende Kryptowährung, die jetzt in 24 Stunden gewesen ist. Natürlich immer von wo man guckt ist entscheidend, aber in dem Fall hatten wir einen Anstieg von 70 Cent auf 85 Cent. Extrem genial und ich hoffe, ihr freut euch gerade und habt schon vielleicht das ein oder andere Geld mitnehmen können. Oder vielleicht wartet ihr auch noch auf einen größeren Anstieg. Aber in jedem Fall ist es hier auf jeden Fall gerade sehr, sehr lukrativ in XRP mit dabei zu sein. Und warum das Ganze der Fall ist, das könnten wir jetzt hier sehen. Denn Gary Ganster, unser Liebling, unser schon jahrelanger Begleiter im Kryptomarkt, der Vorsitzende der SEC, der Aufsichtsbehörde in den USA, was Finanzen, Krypto und so weiter anbetrifft. Er wird jetzt tatsächlich seinen Rückzug bekannt geben. Er wird seine Kündigung einreichen und zwar am 18. November. Er ist der 33. Chairman, damals eben unter dem aktuellen Präsidenten dann quasi gewählt worden. Und in Zukunft könnte es eben jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einen neuen geben. Und deswegen muss Gary Ganster natürlich zurücktreten. Und in dem Fall kann er das jetzt hier auch sogar schon einen Monat vorher machen. Hat er vielleicht noch, weiß ich nicht, einen Monat Urlaub oder sowas. Je nachdem, wo er dann arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ob der noch ein paar Jahre machen muss bis zur Rente. Wer weiß das schon. Aber auf jeden Fall super interessant und super lustig. Also das sehen wir eben hier. Gary Ganster wird in Zukunft wohl nicht mehr bei der SEC sein. Er wird uns wohl nicht mehr erhalten bleiben im Kryptospace. Er hat hier nochmal ein offizielles Statement gegeben. Also hier nochmal seine Zusammenfassung quasi. Er sagt dann hier, dass sein Vater und seine Mutter niemals im Finanzbereich gearbeitet haben und nicht mal eben wie das College absolviert haben. Aber sie haben eben in ihn investiert und sie haben auch vor allem von der SEC profitiert. Schreibt er jetzt hier, alles gut. Er kann natürlich seine letzten Worte dann gerne hier an uns alle nochmal richten. Es waren sehr interessante drei bis vier Jahre, die wir jetzt mit ihm hatten. Und ich dachte mir, was könnte man besser machen als einen kleinen Thread. Beziehungsweise nochmal ein kleines Auflisten der Argumente, warum Gary Ganster trotzdem noch im Kryptospace drin bleiben sollte. Warum er eigentlich auch der Vorsitzende der SEC bleiben sollte. Die ganzen Argumente sehen wir dann einmal hier. Ja, und das war es eigentlich. Also ich glaube, das kann man Positives über ihn sagen. Und alles andere sehen wir dann hier. Also da ist die Tür. Kannst du uns bitte verlassen. Ganz ehrlich, er hat auf jeden Fall die letzten drei, vier Jahre definitiv viel Schaden angerichtet. Muss man ganz klar sagen. Und deswegen natürlich hier sehr, sehr gut, dass er jetzt den Platz räumt und wahrscheinlich ein sehr, sehr kryptofreundlicher Nachfolger folgen wird. Da hoffen wir natürlich alle drauf. Und das werden wir eben auch sehen, wer jetzt dann der nächste Commissioner quasi wird. Aber kommen wir mal zu ein paar erfreulichen Sachen. Und zwar dem XRP-Bitcoin-Chart. Den sehen wir hier einmal. Das heißt, da haben wir jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden tatsächlich 20% zugelegt. Und wahrscheinlich sogar jetzt gerechnet über die letzten zwei, drei Tage. Vielleicht sogar 30 bis 40 sogar. Und ja, da ist eben die Frage, warum zum Beispiel der Detective jetzt aktuell nicht dabei ist, um das dann zu retweeten. Also komischerweise, wenn der Chart dann mal hoch geht und wenn alles positiv für XRP ist, dann wird der immer ziemlich still und postet sowas nicht. Aber immer, wenn es irgendwie ein bisschen mal bergab geht oder sowas, dann ist man auf jeden Fall immer dabei. Und ja, die Frage ist eben, bei welcher Kryptowährung beziehungsweise bei welcher Aktie geht es nicht mal auch irgendwann nach unten. Also das ist ja auch logisch. Irgendwann will man ja auch Gewinne mitnehmen und in dem Fall natürlich hier auch. Aber XRP performt gerade tatsächlich überdurchschnittlich gut. Wie gesagt, hier beste Kryptowährung gerade im Markt. Deswegen hier einfach mal so ein bisschen, um die Hater mal wieder so ein bisschen ruhig zu stellen. Denn am Ende des Tages könnte XRP auch bei 10 Dollar liegen oder bei 50 Dollar. Und die Leute würden immer noch haten und würden sagen, ha, nur 50 Dollar. Aha, eigentlich hätte es ja auf 100 Dollar gehen sollen. Haben doch einige gesagt. Nö, ist wohl nichts geworden. Also am Ende des Tages kann man es den Leuten eh nicht recht machen. Aber jetzt innerhalb der letzten 3-4 Tage ungefähr 40% Anstieg. Ich glaube, da können sich echte Investoren nicht beschweren. Und um das Ganze nochmal zu konkretisieren. Wir hatten hier einen Anstieg von XRP von 60.000 um ungefähr 27.000. Wir waren dann dabei 87.000 ungefähr aktuell. Das entspricht einem Anstieg von 45%. Und XRP war eben längere Zeit bei den 55 Cent, wenn man das jetzt von da aus rechnet. Und jetzt von 55 Cent auf 80 Cent sind eben 25 Cent Differenz. Was ebenfalls 45 und dann halt noch ein paar halbe quasi Prozent eben da entspricht. Und ja, deswegen ist quasi die Frage, was war jetzt dann besser in dem aktuellen Run? XRP zu halten, Bitcoin halten? Natürlich quasi XRP zu halten. Heißt jetzt nicht, dass man sagt, oh, ich muss all in XRP gehen und ich darf keine Bitcoin besitzen und was auch immer. Aber in dem Fall muss man sich das Ganze tatsächlich mal wertschätzen zu sagen, hey, Bitcoin hat einen ordentlichen Run hingelegt und alle Augen sind gerade auf Bitcoin. Aber XRP hat sogar noch mehr Prozentualen Anstieg gemacht. Also hat mehr Rendite jetzt quasi erwirtschaftet. Das wird aber natürlich dann gerne übersehen und man sagt, ah nee, das ist ja egal eigentlich. Und dazu muss man sagen, bei 55 Cent gekauft zu haben, ist natürlich sehr gut. Aber die meisten hier haben natürlich auch bei 10, 15, 20 Cent schon gekauft. Das heißt, in dem Fall ist es halt ein 4, 5X bis jetzt schon. Und ja, es sind ja sogar schon über 80 Cent. In dem Fall waren wir jetzt hier bei 82 Cent. Bitcoin wird sich tatsächlich bald entscheiden müssen, ob er weiter wachsen wird oder ob er diese Dominanz, die er aktuell hat, wieder verliert. Denn wir sind hier aktuell bei 61 Prozent Bitcoin-Dominanz und es gibt eigentlich jetzt noch zwei mögliche Szenarien. Entweder noch ein extremer Anstieg. In dem Fall wären wir dann über 70 Prozent, was wirklich schon komplett crazy wäre, was das letzte Mal 2018 beziehungsweise 2021 passiert ist. Oder wir haben jetzt eben diesen Drop von hier aus und gehen dann wieder in Richtung, ja, vielleicht 50 bis sogar vielleicht 30 Prozent. Und dann ist eben Altcoin-Season quasi. Dann geht das ganze Geld in die Altcoins, in die anderen Kryptowährungen. Und das hoffen wir natürlich auch für einen entsprechenden Altcoin-Bullrun. Ich würde mich da gar nicht mal so unbedingt festlegen wollen oder zu sagen, ah, das ist jetzt besser, das ist schlechter. Denn wir sehen ja, es führt immer zwangsweise dazu, dass es quasi einen solchen Drop gibt. Und in dem Fall, wenn dieser Drop hier passiert und quasi Bitcoin jetzt wieder an Dominanz verlieren sollte, dann haben wir eben jetzt eine frühere Altcoin-Season, die anderen Coins pumpen halt besser und so weiter. Oder wir haben noch eine kurze Periode, in der Bitcoin jetzt noch besser performt, um dann noch einen härteren Anstieg zu sehen bei der Altcoin-Season. Also ich finde, das sind beides eigentlich ziemlich positive Aussichten. Deswegen will ich mich da gar nicht mal festlegen. Egal, was passiert, ich bin sehr, sehr positiv eingestellt. Dann geht es weiter und zwar von Brett Garlinghaus selbst. Denn hier haben wir einmal Liz Clayman, die hat jetzt Brett Garlinghaus eingeladen und zwar zu Fox Business. Denn dort sprechen sie morgen zu dem Thema Krypto-Innovation und die Zukunft daraus. Natürlich auch in Zukunft, was die neue Regierung in den USA bringen wird. Und natürlich auch ohne Gary Gensler im Markt, sagt er hier, ohne den, der einem quasi immer in den Nacken atmet. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da passieren wird, was da rauskommen wird. Ob er jetzt nochmal eine extrem bullische Prognose und Analyse irgendwo vorhersagt. Aber ich glaube, die nächsten vier Jahre werden auf jeden Fall wirtschaftlich gesehen sehr, sehr interessant. Und jüngst gestern Abend wurde ich tatsächlich noch von einem Kumpel gefragt, was eigentlich jetzt mit XRP aktuell ist. Der weiß natürlich auch, dass ich hier im Freundeskreis die primäre Quelle für XRP-News bin. Und ja, in dem Fall hat er gesagt, ey, lohnt es sich jetzt noch einzusteigen und so weiter. Und ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen lächerlich vor dem Hintergrund, dass man sich vielleicht seit Jahren kennt. Und ich seit Jahren das erzähle, was ich hier auch in den Videos natürlich erzähle. Und man jetzt, wenn es alles ansteigt, man fragt, oh, lohnt es sich noch und so weiter. Aber natürlich ist da langfristig noch ordentlich Luft nach oben. Das muss man ganz klar sagen. Das sehen wir einmal hier auch. Wir sind ja gerade bei ungefähr 80 Cent. Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, dann sind wir tatsächlich immer noch echt verhältnismäßig tief. Klar, wer weiß, wo wir jetzt die nächsten Tage tatsächlich direkt landen. Aber einfach mal von der Logik her haben wir ordentlich Potenzial nach oben. Wahrscheinlich sogar über die 3, 4, 5 Dollar hinweg. Also hier oben wären wir ungefähr bei 4 Dollar, würde ich sagen. Also das heißt also, der Anstieg wäre auch schon interessant. Und natürlich für die Leute, die jetzt schon lange dabei sind, nochmal umso interessanter. Beziehungsweise die Leute, die auch permanent Dollar Cost Average betrieben haben, die jetzt ein paar Jahre hier und natürlich auch hier eingekauft haben, die haben natürlich jetzt ein sehr gutes Leben, muss man sagen. Dann nochmal hier von Brad Garlinghouse einmal der offizielle Account von Cantor. Denn die haben quasi die Krypto-Conference heute gehalten. Und da sagt Brad Garlinghouse hier, er war dabei. Und er sagt hier, es ist eigentlich soweit klar, dass quasi die USA in Zukunft das Zentrum für Kryptowährung sein kann. Und das hoffe ich natürlich auch. Das heißt, wahrscheinlich hat Ripple jetzt wieder eine gewisse Chance gewittert zu sagen, okay, wir können eigentlich in den USA bleiben, müssen jetzt nicht irgendwie nach Dubai oder sowas auswandern quasi. Einfach weil dort bessere Regulationen quasi stattfinden. Von daher bin ich da erstmal sehr, sehr positiv gestimmt. Und wir werden einfach sehen, was die nächsten Wochen bringen. Aber insgesamt sind wir alle, glaube ich, sehr, sehr bullish gerade. Und um nochmal kurz darauf hinzuweisen, aktuell haben wir natürlich sehr viel Volatilität im Kryptomarkt. Heute laufen alleine schon wieder 4 Milliarden Dollar auf Options aus quasi. Also die Option, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen bei Kryptowährungen. Und das ist typischerweise ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo wieder viele Leute traden, wo Leute wieder im Markt dazukommen sozusagen. Von daher sollte man da auf jeden Fall aufpassen in beide Richtungen. Klar, ihr kennt die Volatilität und die liebt ihr natürlich auch im Kryptomarkt. Das ist mir bewusst. Aber in dem Fall kann es teilweise echt sehr wild werden. Und auch für alteingesessene Leute kann es manchmal im Kryptomarkt sehr wild werden. Gerade auch wie bei Bitcoin und XRP. Da war es jetzt jetzt ein Tage, auf einmal wirklich ein riesiger Boom. Und auf einmal hatten wir da 30, 40, 50 Prozent an Profit. Also das ist natürlich echt schon genial. Aber das kann natürlich alles immer sehr schnell sein. Schnell nach oben, schnell nach unten. Das ist gerade im Kryptomarkt häufig der Fall. Und da muss man natürlich auch immer wachsam sein. Also es hilft nichts, wenn man jetzt in zwei Jahren mal wieder reinguckt für den aktuellen Run, meine ich jetzt. Und natürlich hier am Ende haben wir wie immer einen Fun-Tweet. Und zwar, so sieht es wahrscheinlich bei den meisten von euch aktuell aus. Wenn ich mein Bankkonto quasi abchecke und da ist gar nichts drauf. Das ist mein Battle Arm quasi. Und dann, wenn ich auf meinen Ledger gucke. Da ist man dann hier schön mit Goldkrone und so weiter. Ja, so gut ist es bei mir leider noch nicht. Ich kann noch nicht mal Windows aktivieren. Aber auf der anderen Seite sieht mein Bank-Account trotzdem so aus. Also alles am Einklang, würde ich sagen. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Deslike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.